Marzipan-Schwein Hallo, singende Schlange Sonja. Hat mich sehr berührt, da ein Video irgendwie zufällig drauf gestoßen. Wer bin ich und das mache ich. Ich bin auf der Suche nach Leuten, die sich die Kamera vor die Nase halten oder stellen und dann über sich und über ihre Erkenntnisse, Meinungen und alles mögliche reden. Und das dann mutig bei YouTube hochstellen, bei Facebook und so. Also sich selber äußern, öffentlich zu den Dingen, die da so sind. Das finde ich sehr gut. Und dann meine erste Idee war, du gehörst zu uns. Also ich gehöre zu euch oder wir gehören zusammen. Wir. Ja, wir haben ja das Zeichen vom Bauchi, Jesus-Urlauber. Ja, der hat das ganze Ding irgendwie angeschubst, weil er einfach mit seiner lockeren Art, mit seinem, ja, mit seinem Laberflash, wie wir uns sagt, hat er, der hat, ich habe alles, ich habe mir alles neigzogen, was der abgelassen hat und ich werde mir deine auch alle neigziehen. Ich bin Sonja oder soll es singen? Ja, Sonja, oder? Ich heiße Rubin, alle sagen Rubin zu mir. Ich bin so und ich heiße so. Wer bin ich? Ja, wer bin ich? Ja, meine Videos angucken, da sage ich schon ziemlich alles drüber. Ich bin sehr viel, sagen wir mal, ja, daheim, in der Bude und forsche, studiere, lese, jetzt im Internet mache, aufschreibe, mache Videos, Zeichnungen und das Ganze, um dahinter zu kommen, wie ich immer wieder erwähne, die wahrhaftige Wahrheit. Also da gibt es ja alles Mögliche, was man, was es über, Themen, die sind alle, alle Themen, die es gibt, sind alles meine Interessensgebiete, alles. Ja, zur Zeit natürlich, ganz klar, die Sache mit dem Aufstieg und die Spiritualität und so, weil man merkt, die Leute werden wacher. Jetzt mal wacher im Sinne von, befreie dein Mind, deine Gedanken, dein Denkprozess, dein Verstand oder so, raus aus dem Gefängnis und über anderes, nee, nicht über andere Sachen, sondern anders über die gleichen Dinge nachdenken. Da fallen wir mal sich selber. Ja, so wie immer sagt, dieses Licht anmachen im Keller und gucken, was da für Gruscht umliegt. Gruscht, ein schwäbisches Wort für Gerümpel. Na gut, ne, ihr möchtet es nicht lang machen hier, weil das soll eigentlich ja nur eine Antwort sein für dich, Sonja, was auch alle andere anspricht, dich und dich und dich dahinter und alle, die noch gar nicht da sind, die noch kommen. Wir haben ja angefangen, sagen wir mal, so eine Art Projekt zu machen, dass wir die alle unter einen Hut bringen mit Laien und so, aber, nee, finde ich nicht, dass wir nochmal was Neues und nochmal was Neues anfangen sollen. Wir nehmen jetzt das Ding hier, ich besaug mir noch so eine grüne Karte, die ich dann so hinhebe und dann hier einblende, das Zeichen. Das nehmen wir einfach, weil, was soll man nochmal eins erfinden und nochmal eins? Wir möchtet ja nicht trennen, sondern verbinden. Man kennt einfach nur einen, wie auch immer, farbigen Punkt, was auch immer für einen farbigen Hintergrund, irgendwas. Jetzt nehmen wir das und dann sind wir hier und wir sind vor allem hier und hier und alles. In diesem Sinne würde ich sagen, Namaste und gehabt euch wohl. Immer diese Videos, gell, wenn man sich selber filmt. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020